liebe zuschauer willkommen auf meinem kanal ich bin hier mit einem tollen video vergessen sie nicht meinen kanal zu abonnieren und unser video zu liken und zu teilen um uns zu unterstützen bevor wir mit unserem video fortfahren kommen wir nun zu unserem video meine lieben anhänger tukba byyuküstün und engin akurek haben in einem video gepostet dass sie versuchen ihre karriere zu gefährden und die öffentlichkeit mit anschuldigungen in die irre zu führen akurek erklärte dass solche anschuldigungen ihm selbst und seiner karriere schaden könnten und dass sie seinem ruf schaden könnten reaktionen von beiden seiten dieser konflikt zwischen tukba byyuküstün und engin akurek sorgte in den sozialen netzwerken für große kontroversen zwischen den anhängern der beiden spieler kam es zu meinungsverschiedenheiten während einige tukba byyuküstüns geständnisse unterstützten verteidigten andere die unschuld der artischockenschaufel die türkischen medien und die zeitschriftenwelt zeigten großes interesse an dem thema und es wird erwartet dass weitere details und beweise zu den träumen beider schauspieler bekannt werden ergebnis und zukunftserwartungen die gegenseitigen anschuldigungen und geständnisse zwischen tukba byyuküstün und engin akurek stoßen in den türkischen medien und in der öffentlichkeit auf großes interesse es ist noch nicht klar was als ergebnis dieses konflikts zwischen den beiden seiten passieren wird ich werde jedoch rechtliche schritte einleiten und es wird erwartet dass die daraus resultierenden vorwürfe vor gericht geklärt werden die karrieren und der ruf der spieler könnten durch den ausgang dieser veranstaltung stark beeinträchtigt werden beide seiten scheinen entschlossen zu sein sich zu verteidigen und die wahrheit aufzudecken aus diesem grund werden wir diese heißen ereignisse zwischen tukba byyuküstün und engen akurek weiterhin aufmerksam verfolgen vielen dank dass sie sich unser video angesehen haben tschüss